bonas eda bonas eda bonas eda bonas eda man youtube freunde schalker freunde und sports kameraden ja der erste winter transfer ist betätigt haben wir vor ihm ein live talk haben wir drüber ja schon gesprochen jetzt sage ich meine meinung dazu da ich mir jetzt auch paar videoszenen auf youtube mir angeschaut habe über diesen neuen spieler der zu uns kommt andreas windheim ist norwegischer nationalität kommt aus ist norweger spielt bei sparta prag in tschechien wird jetzt ein jahr ein jahr halbes jahr noch ausgeniehen zu uns und wir bezahlen auch keine leihgebühr was ich gelesen habe keine leihgebühr mit einer kaufoption die bis eine million ein eine million ja doch vielleicht kann ich mich ja und könnt ihr eure kommentare schreiben kaufoption eine million wenn er einschlägt wie der bombe ja andreas wieder ein gespielt auf der rechten verteidiger position kann auch rechtes mittelfeld spielen ist dynamisch schnell pritz kann gute flanken bringen und hat ein gutes passspiel muss ich wirklich sagen ich habe mir mal passend gut anguckt ist klar passend im youtube sagt auch nicht viel aus aber dies sind die ich mir angeschaut habe ich habe mir nicht nur einen angeschaut mehrere der gute passend macht auch eine gute spieleröffnung schnell gefällt mir er ist technik visiert am ball wirklich gut aber wenn wir ja sehen wie der bei uns dann einstieg weil zweite liga ist wieder ganz was anderes als deine tschechische liga ist auch so so da freue ich mich warum haben wir diesen diesen transfer gemacht rechter verteidiger position hatten wir mit ramftel und eigentlich haben wir jetzt zwei spieler so jetzt hat sich ein den verletzt habe ich mir gedacht aha deswegen hat er das betätigt weil der einen ja mehrere wochen ausfällt aber ich hätte dann noch optionen mit dem becker timo becker kann auch die rechte verteidiger position spielen auf der seite dann hast du noch als ersatz den schau den kannst du auch auf der rechten seite bringen optionen hättest du ja bis eine wieder gesund wäre okay ich hätte gesagt vielleicht holen wir noch einen linken verteidiger weil auf linke position da obi jan braucht ja auch wenn der sich mal verletzt eine alternative hätte ich mir gedacht da holen wir vielleicht da ein aber okay schröder hat jetzt den andreas windheim geholt er weiß bestimmt selbst auch warum er hatte ja auch gut charakterlich muss er auch zum team passen hat er ja immer betonte schröder muss charakterlich zum team passen werden wir ja sehen aber ich bin gespannt auf diesen neuen spieler das ist unser erster winter transfer andreas windheim 26 jahren ist norweger und kommt von sparta prag bis ende song wir bezahlen keine leihgebühr mit kaufoptionen ja dann sagen wir mal andreas windheim herzlich willkommen beim geilsten club der welt du wirst sehen wenn die fans wieder im stand sind was für eine atmosphäre das ist bei uns im stand ja schreibt in der kommentare wie ihr den neuzugang sieht hätten wir auf der position nötig gehabt oder hätten wir lieber gelassen und lieber auf eine andere position spieler geholt schreibt reichlich in die kommentare so wir sehen uns wir hören uns euer schalke so wir sehen uns die so wir sehen uns die so weh so weh Vielen Dank.